Willkommen Freunde zu einem weiteren Video der Videoserie für den Marktplatz Kleinanzeigen. In dem heutigen Video schauen wir uns an, wie wir eine Anzeige bei Kleinanzeigen einstellen können und wie wir diese SEO-technisch so optimieren, dass wir besser verkaufen. Natürlich schauen wir uns alle weiteren Einstellungen wie die Beschreibung an, aber ganz insbesondere auch die Rechtstexte, die ihr als gewerblicher Händler auf Kleinanzeigen festlegen müsst. Viel Spaß bei diesem Video, ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Wie angesprochen soll es heute darum gehen, eine Anzeige bei Kleinanzeigen zu schalten, diese SEO-technisch optimiert zu gestalten, um besser zu verkaufen, ohne zusätzliche Kosten aufzuwenden für Anzeigen schalten und das bewerben. Wie du siehst, bin ich hier bei Kleinanzeigen eingeloggt als gewerblicher Nutzer. Dieses Nutzerkonto habe ich bereits erstellt. Falls du das Video nicht gesehen hast, wie die Registrierung erfolgt und Grundeinstellungen, die du festlegen solltest, dann schaust du dir gerne unten in der Videobeschreibung an. Ansonsten, falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren die Themen, Marktplätze wie Amazon und Ebay, aber alles rund um E-Commerce und gewerblichen Handel, dann abonnier auch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr und diese Videoserie natürlich auch. Ja, wie ihr seht, ist das Konto leer und wir wollen heute eine Anzeige aufgeben. Um eine Anzeige aufzugeben, klickt ihr hier einfach auf Anzeige aufgeben und dann kommen wir hier in diese Formularmaske, wo wir dementsprechend ein Produkt oder eine Anzeige einstellen können. Ich gehe das Ganze mit euch Schritt für Schritt durch. Besondere Sachen werde ich ein bisschen detaillierter ansprechen, weil diese natürlich wichtig sind, um erfolgreicher zu verkaufen. Und das Ganze beginnt mit Gebot oder Gesuch. In dem Falle, wenn du gewerblich verkaufen möchtest, wirst du natürlich etwas anbieten und nicht etwas suchen, aber auch die Möglichkeit hast du natürlich. So, als nächstes kommt der Titel. Hier übrigens rechts hast du immer Tipps von Kleinanzeigen direkt, die dir zeigen, wie du vielleicht in dem Falle deinen Titel wählst, um hier besser zu verkaufen. Und natürlich ist der Titel sehr aussagekräftig und hier solltest du auch insbesondere darauf achten, das Ganze konkret anzugeben. Wie auch bei anderen habe ich immer gesagt, der Titel ist sehr, sehr wichtig. Wir haben hier bei Kleinanzeigen die Möglichkeit, 65 Zeichen anzugeben. Und wir müssen natürlich immer die Marke erstmal benennen, dann Modell gegebenenfalls und was das für eine Produktart ist. In meinem Fall habe ich hier AKG, die Marke, dann das Modell. Muss nicht unbedingt ganz vorne stehen, aber wichtig. Und dann die Produktart, in dem Falle Studio Kopfhörer. Und alles, was danach folgt, ist nicht mehr so relevant, aber dennoch für den Käufer ersichtlich. Da seht ihr es direkt Kategorie, wählt Kleinanzeigen selbst fest. Falls die hier irgendeinen Fehler machen bei der Kategorie Festlegung, könnt ihr das Ganze selbstverständlich selber nochmal umändern. In dem Falle passt das alles. Kopfhörer, Lautsprecher, da zählt das mit zu. So, und dann haben wir als nächstes den Zustand, den wir wählen können. Wir haben hier die Möglichkeit, neu anzugeben. Falls du neue Produkte verkaufst, solltest du das auch machen. In dem Falle unbenutzter und originalverpackter Artikel. Ansonsten hast du hier gebrauchte Sachen noch, die du angeben kannst. Und du kannst auch defekte Sachen verkaufen. In unserem Fall ist es ein neues Produkt. Produkt, dann die Produktart, haben wir hier schon festgelegt, wie gesagt. Dann den Versand, bieten wir Versand an oder ist das nur eine lokale Abholung. In den meisten Fällen wird es sich hier um Versand handeln. In meinem Fall habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht das Direktkaufen eingestellt. Das ist die Option bei Kleinanzeigen, die es dir ermöglicht, Produkte direkt vom Käufer oder Nutzer zu kaufen. Da kannst du Zahlungsarten festlegen. Das schauen wir uns in einem separaten Video nochmal an. In dem Falle möchten wir erstmal schon direkt festlegen, wir möchten Versand anbieten. So, der Preis. Der Preis wird uns auch hier schon vorgeschlagen. Was ist so der gängige Preis auf dem Marktplatz, Kleinanzeigen? Du kannst natürlich deinen Preis wählen, wie du möchtest. Vielleicht hast du ein besonderes Produkt oder das sind jetzt die Preise vielleicht nur für gebrauchte Artikel, wobei wir hier neu angeklickt haben. Ich würde hier sagen, pauschal einfach mal 50 Euro. Auch hast du die Möglichkeit, Festpreisangebote oder Verhandlungsbasis einzustellen. Du kannst natürlich auch Produkte zu verschenken anbieten, aber das wird in der Regel nicht der Fall sein. So, wir machen hier Festpreisangebot. Bei Festpreisangebot kann ich dir auch sagen, wenn du nicht Verhandlungsbasis machst, werden Kunden dich trotzdem anschreiben und vielleicht einen Preisnachlass anfragen, was du natürlich auch dann machen kannst. Im nächsten Schritt haben wir hier die Beschreibung, die wir festlegen können. Auch diese soll aussagekräftig sein, damit der Käufer hier sieht, worum es sich wirklich handelt. Im besten Fall, wenn du Produkte verkaufst, dann natürlich alle Details zu dem Produkt. Hier habe ich jetzt probeweise oder zu Vorführzwecken mal einfach mal so eine detaillierte Beschreibung hinzugefügt, was diese Kopfhörer ausmacht. Und auch hier kannst du zum Beispiel in der Beschreibung schon auf den Versand aufmerksam machen, auf die Abholung oder andere Sachen, die für dieses Produkt relevant sind. Wir werden gleich die Rechtsangaben zu Versand und anderen Rechtstexten weiter unten festlegen können. Aber auch hier kannst du schon mal zu Punkto Versand was festlegen. Als nächstes haben wir hier die Bilder, die wir einstellen können. Und da solltest du auch auf jeden Fall mal gucken, was ist erlaubt oder was ist hier optimal. Hier bietet uns Kleinanzeigen ein paar Beispiele. Zum Beispiel hier weißer Hintergrund wird nicht so gern gesehen, weil Kleinanzeigen ja in erster Linie immer noch für gebrauchte Artikel ist. Aber wenn du natürlich Online-Händler bist, kannst du selbstverständlich auch das mit weißem Hintergrund machen. So sieht es professioneller aus. Diese Beispiele sind jetzt hier eher was für Privatanbieter. Aber wir haben die Möglichkeit bis zu 20 Bilder hochzuladen. Du solltest auch hier mindestens 5 Bilder hochladen. Die Produktbilder sollen auch nicht 12 Megabyte überschreiten pro Bild. Ich werde jetzt hier einfach mal ein Bild hochladen von einem Kopfhörer. Und wir haben auch noch die Möglichkeit hier das Bild zu optimieren, wie du siehst. Wie gesagt, 5 Bilder sollten es ungefähr sein. Wenn du weniger machst, dann ist das auch okay. Aber 5 Bilder wäre echt optimal. Wenn du sagst, was soll ich denn hier noch zeigen, zeige einfach Details. Du kannst hier die Hörmuschel einfach von der Seite zeigen, dann vielleicht den Anschluss, die Klinke und viele andere Details, auf die du eingehen kannst, um den Kunden hier zu zeigen, in welchem Zustand der Artikel ist. Und aber auch die Verpackung zum Beispiel könnte man auch als Bild hier verwenden. Als nächsten Punkt haben wir die Möglichkeit, die Postleitzahl festzulegen. Diese Postleitzahl wird dann auch für die weiteren Angebote übernommen. Was wichtig zu verstehen ist, ich habe jetzt hier probeweise mal München genommen. Die Straße kannst du natürlich festlegen. Wenn du einen stationären Handel hast und da auch mit Kundschaft rechnest oder bewerben möchtest, dann kannst du hier die Adresse angeben. So weiß der Kunde direkt, aha, da kann ich es mir auch vor Ort anschauen, das Produkt. Falls du reiner Online-Händler bist, kannst du die Adresse hier auch angeben. Die wirst du hier auch bei den rechtlichen Angaben im Impressum festlegen müssen. Aber das Ganze ist trotzdem optional. Dennoch würde ich das hier angeben und vollständige Adresse anzeigen lassen. Dann kommen wir zu den wichtigen Angaben, zum Beispiel hier der Name. Was ist der Name überhaupt? Das ist dein Shop-Name, der dann dem Kunden auch angezeigt wird. In dem Fall sind wir ja gewerblich tätig. Hier hast du vielleicht gesehen, da wird der Name noch nicht angezeigt, wenn du keine Produkte oder Anzeigen geschaltet hast. Aber genau diesen Shop-Namen legst du quasi dann hier fest mit der ersten Anzeige. Deshalb schau mal an, was du hier machen kannst. Ich mache mal Demo-Shop. Du kannst natürlich deinen Shop-Namen wählen zu deiner Produktart oder deinen Kategorien. Du kannst aber auch natürlich einen Fantasienamen wählen. Ich würde jetzt nicht unbedingt deinen Vor- und Nachnamen wählen, auch wenn du vielleicht Einzelunternehmer bist. Es sieht viel professioneller aus, wenn du schon irgendwas mit dem Produktnamen oder Kategorie in Verbindung stellst. So, zur Telefonnummer ist, wie wir sehen, optional. Wenn du natürlich gerne hast, dass du auch telefonisch kontaktiert werden möchtest, dann kannst du deine Telefonnummer hier angeben. Du wirst die Telefonnummer auch bei den rechtlichen Angaben im Impressum festlegen müssen. Aber wenn du sagst, ich habe damit kein Problem, öfters am Tag angerufen zu werden, dann kannst du die Telefonnummer hier festlegen. Denn diese Telefonnummer wird dann auch dem Kunden direkt als Anrufoption angezeigt. Ich zeige dir hier mal ein Beispiel am Handy in der App. Da steht links Nachrichten und rechts Telefonnummer, direkt anrufen oder andersrum. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber zumindest hat der Kunde oder der Käufer hier die Möglichkeit, direkt auf den Anrufbutton zu drücken. Ist optional, würde ich vielleicht nicht unbedingt machen, wenn man nicht gerne angerufen werden möchte und das Ganze per Nachrichten regeln möchte. So, und dann kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt. Vor allem, wenn du als gewerblicher Händler hier auftreten möchtest auf Kleinanzeigen, da ist es nämlich die rechtliche Angabe. Bei der rechtlichen Angabe müssen viele Dinge beachtet werden. Was gehört für einen gewerblichen Online-Händler als Rechtstext dazu? Erstens das Impressum, dann die Widerrufsbelehrung mit dem Musterwiderrufsformular. Als nächstes die AGBs, die Datenschutzerklärung, die Zahlungs- und Versandbedingungen und ein Hinweis zum Beispiel für die Batterieentsorgung und viele weitere Punkte. Wo bekommst du diese Rechtstexte her? Und da habe ich eine klare Empfehlung, wie ich in meinen anderen Videos zeige, für alle anderen Plattformen. Beim Händlerbund, da bin ich zum Beispiel schon mehrere Jahre Mitglied und beziehe da meine Rechtstexte und hatte bezüglich der Rechtstexte noch nie Probleme. Die aktualisieren sie stetig. Somit schaust du dir gerne in der Videobeschreibung an. Da findest du einen Link dazu. Und du bekommst als Neukunde durch meinen Rabattcode auch einen Vorteil. So, ich habe jetzt hier mal Rechtstexte, Musterrechtstexte genommen, die ich hier hinzufüge. Und das siehst du hier, ich mache das einfach komplett untereinander. Wie du siehst, als erstes kommt das Impressum rein und dann deine Angaben. Des Weiteren kommen hier die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irgendwann folgen hier die Widerrufsbelehrung, aber auch weitere Angaben, wie zum Beispiel hier das Widerrufsformular, was du mit angeben musst. Dann Datenschutzerklärung und die ganzen Punkte, die ich genannt habe, müssen hier natürlich mit angegeben werden. Wenn du dann soweit bist, hast du hier nochmal die Möglichkeit, auch noch direkt Anzeigen zu schalten und das Ganze zu bewerben. Bedeutet, dass das Ganze noch weiter hervorgehoben wird. Ich gehe darauf in einem separaten Video nochmal drauf ein. Und wenn du das nicht wählen möchtest, dann hast du hier noch die Möglichkeit, hier ein Newsletter zu abonnieren. Ansonsten gelten die Nutzungsbestimmungen und Informationen, sowie auch die Datenschutzerklärung von Kleinanzeigen. Und dann klickst du auf Kleinanzeige aufgeben. Wenn du das Ganze angeklickt hast, ist die Anzeige bei optimaler Einstellung natürlich direkt online. Wir klicken uns das Ganze hier mal an. Und wie du siehst, hier wurde dann der Demoshop, den ich als Namen festgelegt habe, direkt übernommen. Wir sehen hier, dass die Anzeige hier noch in der Prüfung ist. In vieler Hinsicht werden Anzeigen erstmal überprüft, vor allem wenn es deine erste Anzeige ist, überprüft hier Kleinanzeigen, ob hier nicht irgendwelche betrügerischen Absichten erfolgen. Und dann wird die Anzeige in ein paar Minuten direkt online gehen. Was du auch noch die Möglichkeit hast, ist jetzt noch deine Anzeige nochmal zu bearbeiten, falls du einen Fehler gemacht hast. Du kannst die Anzeige reservieren lassen, falls ein Kunde sie haben möchte. Du kannst diese löschen oder du kannst natürlich auch hier ein Verkaufsschild erstellen lassen. Was dann folgendermaßen aussieht. Du siehst es hier zum Beispiel. Du kannst das irgendwo aushängen. Hier werden deine Bilder dann dementsprechend angezeigt. Und solche Zettelchen, wie zum Beispiel im Einkaufspassagen, kannst du ja sowas aushängen. Und dann hast du noch mehr Möglichkeit, hier auf dein Angebot Aufmerksamkeit zu bekommen. So, was du jetzt auch noch machen kannst. Du siehst es hier, mehr Sichtbarkeit durch ihre Anzeige mit Kleinanzeigen Pro. Du hast hier nämlich mehr Vorteile als Unternehmer mit einer Unternehmensseite. Das Ganze ist natürlich kostenpflichtig und kostet ab 35 Euro monatlich. Das schauen wir uns auch in einem separaten Video an, welche Vorteile das bringt und wie du hier noch besser auf dem Marktplatz Kleinanzeigen auftreten kannst. So viel dazu. Falls du Fragen hast, natürlich immer die Kommentarfunktion nutzen. Ansonsten freue ich mich, wenn dir dieses Video hilfreich war. Und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist.